Der Treier zur vierten Staffel ist da Die Verstärkung, wie bereits angekündigt wird Lisa Kudrow, 54, in den neun Folgen zur Besetzung stoßen, und dem Treier nach zu urteilen, hat ihre Figur, die Nagelpflegerin und Freundin von Grasse, ein bisschen was von ihrer berühmten Rolle als exzentrische Föber in Friens. Ein Beispiel, als Kudrowes Figur Frankie überschwänglich umarmt, scherzt die mit Blick auf Kudrowes schrilles Outfit, ein Glück, dass ich nicht auf Straßsteine allergisch bin. Kudrowes Bier 1 der Antwort, ja, das ist wirklich ein Glück. Dass ihre Rolle eine kleine Hommage an Föber sein könnte, ist durchaus möglich, schließlich war Martha Kaufmann, die Schöpferin von Grasse und Frankie, auch schon eine der Produzentinnen von Friens. Pünktlich zu Jane von Das Geburtstag gibt es den Treier zur vier. Staffel von Grasse und Frankie Darin fällt aber vor allem Lisa Kudrow auf. Kudrowes Bis zum nächsten Mal.